Hey Leute und herzlich Willkommen zurück zu JavaScript. Heute geht es weiter mit Funktionen, nämlich mit rekursiven Funktionen. Eine rekursive Funktion hört sich erstmal mega kompliziert an, ist aber im Prinzip gar nicht so schlimm. Was wir machen wollen ist folgendes. Wir wollen zum Beispiel eine Funktion, ich weiß nicht ob ihr sie kennt, wir wollen die Fakultät heute berechnen. Fakultät von, keine Ahnung, zum Beispiel 5. 5 Fakultät wird meistens mit einem Ausrufezeichen geschrieben. Das wäre 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Und dann ist fertig. Wenn mal 0, dann hätten wir so oder so eine 0, dann hätten wir gleich 0 zurückgeben können. Und die 1 kann man meistens auch noch weglassen, das heißt, ja, was man hier also macht ist, man ruft dieselbe, also man multipliziert immer die ganze Zeit, aber man subtrahiert immer noch 1 von der Zahl davon. Und das ist relativ schwierig so zu schreiben, denn ich weiß ja nicht, ich könnte es natürlich mit einer Vorschleife machen, klar, könnt ihr gerne mal als Übung übrigens machen, aber ich möchte es euch als rekursive Funktion zeigen und deswegen, hier schreibt man meistens ein n rein, das ist ein super Beispiel dafür, deswegen zeige ich euch das Ganze. Okay, n. So, jetzt haben wir, ich schreibe das gerade nochmal hin, 5 Fakultät gleich 5 mal 4 mal 3 mal 2. Okay, jetzt haben wir hier 5 zum Beispiel als n reingegeben und jetzt wollen wir mal 4, also mal n-1 im Prinzip, mal n-2 und so weiter und so fort. Das Problem ist, dass ich hier nicht weiß, wann ich fertig bin. Und ich müsste hier natürlich auch noch Klammern drum setzen, aber es funktioniert sowieso nicht, weil ich nicht weiß, wie viele n- ich habe. Ich kann natürlich das in der Vorschleife machen, habe ich gerade schon gesagt, aber wir können es auch einfach so machen. Wir rufen Fakultät wieder auf und zwar mit dem Parameter n-1. So, das heißt, ich habe hier eine 5 stehen, 5 mal die Fakultät von n-1, also von 5-1, also von 4. Also 5 mal die Fakultät von 4. Naja, die Fakultät von 4, was ist denn das jetzt? Also 4 Fakultät ist 4 mal 3 mal 2. Naja, gut, das heißt, wir rufen Fakultät von 4 auf. Hier steht dann 4 mal Fakultät von 3. Und 3 Fakultät ist 3 mal 2. Okay, cool. Das machen wir wieder. Also 3 mal Fakultät von 2, also 3 minus 1, also 2. 2 Fakultät ist gleich, naja, 2 im Prinzip. Und bei 2 müssen wir jetzt aufhören, denn wenn wir jetzt hier weitergehen und wieder 2 mal Fakultät von n-1 aufrufen, dann kommen wir bei 2 mal 1 raus. Und bei 1 Fakultät kommen wir dann bei 1 mal 0 raus. Und dann haben wir schon ein Problem, da müssen wir dann aufhören, das ist echt zu spät dann. Das heißt, wenn wir hier was anderes haben, also wenn wir zum Beispiel 2 bekommen, if n kleiner als 2 oder kleiner gleich 2 am besten sogar, dann geben wir return n zurück. Das heißt, wir rechnen nicht wieder Fakultät davon, sondern wir geben direkt n zurück. Wenn wir jetzt irgendwas Negatives hier eingeben, dann kommen wir auch in keine Endlosschleife. Davor, wenn wir gleich 2 genau nehmen würden, dann würden wir hierbei rauskommen von wegen, wenn wir hier minus 1 reingeben, minus 1 mal minus 2 mal minus 3 und so weiter und so fort, wäre schlecht. Deswegen sagen wir hier, okay, wir geben direkt einfach n zurück, falls die Zahl kleiner als 2 ist. Darüber können wir es über diese Berechnungsvorschrift hier berechnen. Das heißt, wir rufen innerhalb der Funktion die Funktion wieder auf und so weiter und so fort. Und das kann man tatsächlich öfters mal benutzen. Für Bäume zum Beispiel, wenn ihr irgendwie einen Baum schreiben wollt oder sowas, schaut in meinen anderen Videos nach, wenn ihr nicht wisst, was ein Baum ist. Ist aber auch nicht so wichtig. Wie gesagt, kann man häufig brauchen. Sehr interessant das Ganze und das wollen wir jetzt gerade mal austesten. Wir wollen nämlich die Fakultät von 42 ausrechnen. Das wird wahrscheinlich eine ziemlich große Zahl werden. Schauen wir einfach mal nach und was wir hier bekommen ist, ja, 1,4 mal 10 hoch 51. Das heißt, wir haben eine sehr große Zahl und wir haben das wirklich verdammt schnell berechnet. Eure Seite hat ja nicht wirklich irgendwie geladen oder sowas, also zumindest bei mir gerade nicht. Die hat instant das Ergebnis rausgehauen, war echt super geil. Okay, so funktionieren also rekursive Funktionen. Ich weiß, das ist ein ziemlich krasses Thema. Wie gesagt, ihr braucht es nicht unbedingt verstanden haben, aber es ist nicht schädlich, wenn ihr früher oder später mal drauf stoßt, dann wisst ihr, wie es funktioniert. Gut, sozusagen die Over-the-Top-Übung, dass ihr verstanden habt, wie Funktionen funktionieren. Okay, das war es dann auch schon wieder für heute und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.